Und da fragen wir mal nach bei einem Praktiker, Dirk Salewski, Präsident des Bundesverbandes freier Immobilien- und Wohnungsunternehmer. Guten Abend, Herr Salewski. War das eine befriedigende Veranstaltung heute in Berlin? Ja, die ehrliche Antwort auf diese Frage kann eigentlich nur Nein lauten, weil die Kernbotschaft war, dass es im Moment keine sehr konkreten Handlungsansätze der Politik gibt, um uns aus dieser mittlerweile schon brutalen Krise wieder herauszuholen. Wir haben sicherlich einen großen Instrumentenkasten schon lange benannt. Wir hatten im letzten Jahr den Gipfel beim Kanzler. Die notwendigen Schritte sind bekannt, aber im Moment würde auch erstmal tatsächlich nur Geld helfen, bis die anderen strukturellen Reformen dann alle so mal ins Leben gekommen sind. Aber Geld gibt es ja nun gerade nicht. Und da hat man uns heute sehr deutlich das Signal gegeben, dass das im Haushalt nicht vorhanden ist. Genau, also Geld hätten viele Ressorts sehr gerne. Da ist es ja an allen Ecken, ist die Decke viel zu kurz. Also keinerlei Subventionen, auch nicht für den Wohnungsbau. Allerdings das Versprechen, Bürokratiehemmnisse abzubauen. Noch die 37. Verordnung zur Dicke von Glaswänden oder was auch immer. Ist das nicht ein echter Schritt nach vorne? Wenn er denn kommt und wenn er denn greift, dann ist das gesichert ein Riesenschritt nach vorne. Das ist ja etwas, was wir schon seit langer, langer Zeit fordern. Erforderlich dazu sind aber auch eine Reihe gesetzgeberischer Schritte. Wir haben vor einigen Wochen ein Gutachten vorgestellt von Herrn Professor Leupertz, ein ehemaliger Richter am Bundesgerichtshof, der sich mit dem privaten Baurecht sehr, sehr gut auskennt. Wir müssen ans BGB, Herr Buschmann hat den Arbeitsauftrag jetzt wohl auf dem Tisch liegen. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Denn wir haben uns auch im Wohnungsbau, man könnte sagen, eine Menge Wohlstandsspeck angefressen und bauen Dinge, die man eigentlich nicht braucht, die aber die Kosten enorm nach oben treiben. Und wenn wir auf der Zinsebene, scheint es ja keine Bewegung zu geben, die EZB hat heute kein Signal in die Richtung gegeben, dass die Zinsen wieder runterkommen könnten. Also kann es eigentlich, wenn man auf Dauer auch nicht subventionieren will, nur darum gehen, die Baukosten zu senken. Und das geht nur über ziemlich radikale Einschnitte auch ans Anforderungsprofil und an die Standards. Wobei wir nicht sagen, wir wollen jetzt weniger Sicherheit. Aber ob wir unbedingt den erhöhten Schallschutz überall bauen müssen mit dicken Betondecken und andere Dinge mehr, das steht sicherlich in Frage. Und wir sind der Meinung, dass man da gut drauf verzichten kann. Machen Sie es doch nochmal ein bisschen plastischer. Jetzt haben Sie gerade den dicken Schallschutz angeführt mit dicken Betonwänden. Das ist ja nicht in jedem Einfamilienhaus der Fall. Ist das also, wenn jetzt ein Mehrfamilienhaus errichtet werden sollte, was wären denn da sozusagen aus Ihrer Sicht die Hemmnisse, die am ehesten fallen müssen? Ja, also wir haben, sagen wir mal, in einer Zeit, als es keine Zinsen gab, uns sehr viele Nettigkeiten einfallen lassen über ordnungsrechtliche Maßnahmen, über normative Maßnahmen, wo sicherlich Qualitäten noch gesteigert wurden. Aber wir haben dann sozusagen den Goldstandard definiert im Wohnungsbau und bauen den heute auch nur noch ausschließlich. Aber Goldstandard heißt eben auch höchste Preise. Dünnere Wände, oder? Wir haben, um das mit dem Beton mal ein bisschen deutlich zu machen, also damit es hält, reichen 16 Zentimeter. Damit ich die aktuellen Schallschutznormen einhalte, habe ich Deckendicken zwischen 22 und 25 Zentimeter. Das heißt also zwischen 6 und 9 Zentimeter mehr Beton, mehr Eisen, was im Moment ein sehr, sehr teurer Baustoff ist. Die Stahlpreise für Baustahl sind im letzten Jahr durch die Decke gegangen, haben sich teilweise fast vervierfacht. Wir haben Rissweitenbeschränkungen. Das sind alles Dinge, die sicherlich am Ende dann eine Spitzenqualität herstellen, die aber eigentlich nicht nachgefragt ist. Wir haben aber auch bei den öffentlich-rechtlichen Regelungen Stellplatzsatzung. Ich muss im sozialen Wohnungsbau kleine Wohnungen bauen und für jede kleine Wohnung anderthalb Stellplätze in einer Tiefgarage. Das ist somit das teuerste Bauteil, was es gibt. Und da ziehen dann ältere Damen ein, die in großen Teilen gar kein Auto haben. Das heißt also, wir produzieren da an der Stelle auch Kosten durch öffentlich-rechtliche Vorgaben, die man ohne weiteres einsparen kann. Kann man das denn, und da bitte ich jetzt um eine knappe Antwort, kann man das überhaupt nachhaltig bauen? Denn das ist ja auch das Gebot der Stunde. Also die Energiewende schaffen auch im Bau und trotzdem günstig bauen. Geht das theoretisch? Nein, das geht auch praktisch. Wenn wir denn sagen, der Strom wird klimaneutral und wir mit Strom heizen, sprich mit der Wärmepumpe, das ist im Neubau im Gegensatz zur Sanierung überhaupt kein Problem. Und wir brauchen auch nicht diese völlig überbordenden Energiestandards oder Effizienzstandards dafür. Da kämen wir mit dem Effizienzhaus 70 wunderbar klar. Im Moment müssen wir 55 bauen. Und der Plan, das noch weiter zu verschärfen, der ist zum Glück jetzt zurückgenommen worden von der Bundesregierung. Also es geht einiges beim Bau. Es gibt viele Regelungen, die man tatsächlich noch einmal anpacken könnte. Einige davon haben wir mit Dirk Salewski vom Bundesverband der Freien Immobilien- und Wohnungsunternehmer angepackt. Herzlichen Dank dafür. Sehr gerne.